Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 31. Mai 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1203. Heute um zwei Stunden verspätet, habe ich via Twitter angekündigt, mit den folgenden Themen RealityOS, Apple, Zydia, Waschmaschinenchips und den Grund der zwei Stunden Verspätung der Chromecast. Aber dazu gleich mehr. Apple hat RealityOS angekündigt. Ne, haben sie nicht. Es wurde registriert, der Name genauer gesagt. Und zwar von der Firma oder von dem Unternehmen RealityOSystem LLC. Die haben die Marke RealityOS beim amerikanischen Patentamt und beim Trademark Office registrieren lassen. Das ist ein Vorgehen, was man von vielen Firmen, nicht nur von Apple her kennt. Dass eine Firma, die man noch nicht kennt, den Namen registriert, die dann später plötzlich der Firma gehört und oder die Rechte überträgt. Das war schon vielfach oder ist schon vielfach passiert. Und so über diesen Move sind in den letzten Jahren immer wieder mal Neuigkeiten schon vorab rausgekommen. Heisst das jetzt, weil so kurz vor der WWDC, dass wir das in der nächsten Woche sehen werden, gibt uns Apple einen Blick auf die neue Brille oder auf die Brille, ihre eigene Brille und oder ist es nur etwas anderes oder was auch immer. Der Name RealityOS haben wir schon mal Anfang des Jahres gehört, als er in Code-Bruchteilen aufgetaucht ist. Somit könnte das sein. Es kann aber auch nur ein Gerücht sein. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns an, was nächste Woche kommt. Ob vielleicht sogar die neue Brille gezeigt wird oder die Brille. Wer weiss, wer weiss, wir werden es bald wissen. Nächsten Montag ist es soweit. Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Nach, ja, doch ganz einer kurzen Zeit ist Apple wieder an die Spitze gehüpft, nachdem im Mitte Mai war es, glaube ich, die Firma Öl, wie hießen die, Aramako, Aramako, glaube ich, an die Spitze gekrochen ist, ist Apple jetzt wieder zurück. Warum ist der Ölgigant an die Spitze gekrochen? Relativ einfach. Wir haben den Krieg in Ungarn, den Unsäglichen und wir haben dadurch Probleme mit Öllieferungen etc. Deshalb kauften Leute oder besser gesagt Länder anderswo Öl und davon hat eben das arabische Firmenkongermat gewonnen oder besser gesagt an der Börse gewonnen und ist somit nach vorne gekommen. Ja, Apple hat ihn wieder zurück. Was für schöne Zeiten. Ihr merkt, es geht dem Sommer entgegen. Weiter geht es mit Syria versus Apple und auch das wieder ein Sommerthema. Ja, Syria darf jetzt doch klagen gegen Apple wegen Monopolmacht. Apple hat es nicht geschafft, das abzuwenden mit der Message, dass das Ganze verjährt seie. Ja, ich hoffe, das wird abgeschmettert, weil ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Weitere Neuigkeiten sind, dass euer nächstes Auto vielleicht bald schon mit einem Waschmaschinenchip läuft. Klingt verrückt, ist es aber auch. Ja, Chips sind das neue Klopapier, wie es so schön heisst. Chipkrise, die wird immer grösser. Corona hat das Ganze vorangetrieben. Wie blöd. Mittlerweile kaufen alle möglichen Firmen alle möglichen Chips auf. Chips, die früher 50 oder noch weniger Cent gekostet haben oder Rappen. Die sind mittlerweile ein x-faches davon wert. Es können Firmen keine Massenspektrometer für 350'000 US-Dollar mehr verkaufen, weil ihnen ein 50-Cent-Chip fehlt. Das ist schon verrückt. Richtige, verrückte Welt. Deshalb haben sich viele Firmen, unter anderem auch die Beratungsfirma McKinsey, darauf spezialisiert, Chips aufzufinden und die dann wahrscheinlich sehr teuer wieder weiter zu verkaufen. Somit haben auch gewisse Firmen sich darauf spezialisiert, ältere Chips, die irgendwo nach einem Lager waren, auszumessen, auszustauben und dann in ihre Systeme mit zu integrieren. Können sie halt ein bisschen weniger, dafür kann man ausliefern. Verrückte Welt, die wir heute haben, aber ja, ist nun mal so. Zu guter Letzt habe ich die Neuigkeit des, in Anführungszeichen, Tages, der Google Chromecast. Den hat Google im letzten Jahr vorgestellt. Der mit der Fernbedienung, der mit Google TV drauf. Ja, ich habe ein Video dazu gemacht, ich habe einen Testesbericht dazu geschrieben. Ich werde wahrscheinlich beides im Beitrag verlinken oder auf daily.diktok.ch oder im Podcast Reus4Towns zum Anklicken. Und der kommt jetzt endlich auch offiziell in der Schweiz an. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch ein paar andere Länder, die damit dazugekommen sind. Bei uns gab es den ja nicht offiziell, sondern nur über Grauimporte. Jetzt ist er da. Jetzt kann jeder von euch für, ich glaube, irgendwas unter knapp 70 Währungseinheiten klicken. Schaut euch mein Video an, schaut euch meinen Testbericht, wenn das Teil euch interessiert. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, wo ihr mich fragen könnt. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Ich würde sagen, ich freue mich, oder ich freue mich doch. Ich freue mich, wenn ihr mir auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Vielleicht dann ein bisschen weniger verwirrt als heute, aber hat alles seine Gründe. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.